Ups, Ei. Da-da-da-da. Hallo ihr Lieben! Und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Selvendest du da? Ich musste grad überlegen. Die Helia hat immer noch ein gebrochenes Bein für 8 Minuten. Ähm, Helia ist ein wenig langweilig, also werden wir ihr ein bisschen Action bieten. Na, ich hab ein gebrochenes Bein, können wir das nach 8 Minuten machen? Äh, du, ja. Ich hab ein gebrochenes Bein. Wir wollen ja jetzt so... Wir wollen... Ja. Wir wollen das Wichtigste... Alter, jetzt reicht's! Äh, das... Ja. Das... Sprech dich aus, mein Kind. Das Wichtigste... Das brauchen wir auch, das brauchen wir auch, Alter. Ich glaub wir müssen öfters hin und her rennen. Glaub ich auch. Was brauchen wir auch? Das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Was brauchen wir denn? Ähm, in der unteren Küste vielleicht das Leder mitnehmen? Äh, Leder, 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 was denn noch? Na, du kannst ja alles nach unten packen, was wir brauchen, was wichtig ist. Okay. Ich mein, ich hab Platz im Inventor, halbwegs. Jaja, das ist aber hier der erste Schrank. Ich mein, den Kühlschrank müssen wir auch noch leermachen. Jaja, oh, Bücherregal. Okay, was... Was kannst du denn mitnehmen? Das kannst du mitnehmen. Liebeskugeln kannst du mitnehmen. Liebeskugeln? Dein Ernst? Was ist mit denen? Ich hör'n Zombie. Das kannst du mitnehmen. Das nimmst du mit. Das knurrt hier. Der Rest ist erstmal... Egal, scheiße Ort. Äh, kriegen wir hin. Gut. Huch. Okay, steck dir mal... Helia! Ja? Was ist das? Sieht wichtig aus. Hm. Ich komme. So, unten kannst du das schon mitnehmen? Du hast umgekickt. Das ist egal. Das ist auch egal. Das ist auch egal. Kühlschrank. So. Verband. Hast du alles jetzt nach unten gepackt, was wir brauchen? Ja. Warte mal. Lass mich doch mal reingucken. Ah, genau. Genau. Also Verbände. Schraubfedern. Kleiner Motor. Ah, ja. Die Knödel, wie das aussieht. Der sieht ein bisschen aus wie Meerschwein. Pupu. Okay, ich bin raus. Okay. Okay, Meerschweinkacke. Dann eben so. Wenn ihr das unbedingt so wissen wollt. Kali. Ja, ich denk nach. Rede mit mir. Ja, ich denk nach. Denk nicht so viel. Ja, ich weiß. Was haben wir eigentlich? Was haben wir? Ähm. Ich hab kein Essen mehr. Du hast kein Essen mehr? Willst du mich verarschen? Ich hatte Hunger. Ah, okay. Ich muss doch noch wachsen. Nimm dir mal aus dem... Ich pack's dir mal... Ich pack dir mal oben die Reihe voll, was du mitnimmst. Weil du noch hab das nicht. Come on. Okay. Äh, das nimmst du mit. Das nimmst du mit. Das nimmst du mit? Ja. Ja. Äh. Und... Der schnurrt ein Zombie draußen. Ja. Warte mal. Rein. Tauschen wir denn. Nimm mal oben die erste Reihe mit. Und vorsichtig zu... Ach, die scheiß Knochen kannst du eigentlich hier lassen. Oben die erste Reihe und... Ja, ja. Nimm erst mal die obere Reihe raus. Okay. Hat sie mich gar nicht beachtet, ey. Ja, ich guck ja auch in den Kirschrack. Es tut mir leid. Das brauch ich nicht, weil kann ich eh nicht aus dem Platz für... Kommt da noch was oder soll ich noch mehr Tabletten mitnehmen? Brauch ich Wasser? Joa, Wasser könnte ich eigentlich auch mal mitnehmen. Komm, Wasser nehmen wir komplett mit, ne? So. So. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Leere... Glasflaschen nehme ich auch mit, ne? Warte, lass mich mal reingucken wieder. Erstmal die obere Reihe. Obere Reihe. Genau. Dann... Knochen... Also... Was waren das? Hast du den Mülleimer geguckt? Ja. Mhm. Hey! Tylo. Kannst du auch mitnehmen? Das auf jeden Fall auch. Spirotrus. Kriegst du das alles oben noch mit? Ich bin voll Speed, Baby. Hm. Oh Gott. Was tauschen wollte denn? Tauschen... Ey. So, jetzt bin ich voll. Ich sterben sollte. Moment. Uh. Okay, und falls ich sterben sollte, machen wir das lieber so. Du bist voll. Ich bin voll, ja. Ah, hier kommt aber noch guter Tee. Na, Tee kann ich... Roter Tee kann ich bei mir reinpacken. Ja, dann nimm dir mal bitte den... Da kommt noch... Da brotzelt noch 23 mal Tee. Gut. Lassen wir das mal brotzeln. Dann gehen wir mal raus. Und in der Zeit wurde es halt noch durch. Brotzelt. Werden wir mal hier genügend Holz mitnehmen. Alter. Und zwar geht es hier raus. Wie immer. Ist hier voll durch. Äh. Ja? Oh nein, wir sind angezogen. Kann das sein. Nein! Das ist scheiße. Kein Platz für die Klamotten. Nein, mach mal Holz. Au! Bin schon wieder gegen. Wir brauchen dann nämlich... Wenn wir nämlich zurückrennen, dann will ich gleich mal versuchen, dass wir... ein paar Reihen Peaker machen können. Könnte ich jetzt auch durchlaufen lassen, wenn ich ein wenig mehr Platz in den Wind hätte. Setzlinge... Such dir mal einen eigenen Baum! Hahaha! Hey! Jetzt wird da weggehen! Weg da! Oh, ne. Alles in Ordnung. Bleib. Setzlinge ist jetzt doof. Die könnten wir nämlich auch mitnehmen und da irgendwie... hinstellen. Ach. Da kommen wir auch später dazu. Äh? Ja? Wolltest du? Hallo, Schnucki! Läuft gut bei dir, oder? Du hast sie umgenietet! Du bist gemein. Ich hab mich reingeworfen. Was? Dann wollen wir nämlich auch mal langsam ne Schmiede bauen, weil der Hedias langweilig, dann kommt nämlich Schreihals durch... Schmidi! Ich mag ja so gerne heiß. Ne? Hedian? Total. Obwohl... Ich mein... Wohnwagen... Ich mein... Hält ja gut viel aus. Ist klein und du musst nicht gleich so ein riesen... rieses... Ha-ha! Er... 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 Ja... Ja, mit A... Wir sind Eier im Netz. Ups... Krasses Ding. Kann das sein, dass... Hier sind viele Eier. Macht insgesamt vier Eier. Eier brauchen wir ja für... Schreck. Wieso gehen wir eigentlich mit vollem, ähm... Inventar Holz sammeln? Ja? Wir hätten ja dann zum Schluss alles reinpacken können. Na weil... Na weil du stecken kannst. Ich glaub, das geht bis 5000 oder so. Echt? Ja. Wie fährst du denn? Viel. Deswegen... Kann man das ja ein bisschen... Voll machen. Stellen brauch ich. Ich möchte auch ne anständige Schippe mal haben und ne anständige Axt. Hast du was? So was? Habt du mich im Geräusch gerade gehört. Es ist mein verdammter Kackbaum. Ich helf dir. Guck dir mal wieviel du abschlagen musst. Ja! Die besprechen aber mehr Holz für mich im Inventar. Boah ey. Teile mal. Ja. Hier sind genügend Bäume. Okay, tschüss. Hast du Eier? Du hast doch Eier im Inventar, ne? Aber sowas von hab ich Eier, sag ich schon. Ich hab doch hier gerade... Weil irgendwann werden uns die Eier definitiv ausgehen. Wo waren jetzt die zwei Nester? Ohhhh. Ich hab meine Orientierung. Hier waren irgendwo zwei Nester, wo jeweils zwei Eier drin sind. Heißt vier Eier. Hab ich Hunger. Ich Hunger. Ah, da wurzelt ja auch noch immer Eier durch. Dann müssen wir auch mal auf Jagd gehen und so weiter und so weiter. Und den Wohnwagen auch präparieren. Hab ich eigentlich erwähnt, dass ich's eigentlich scheiße finde, dass der Wohnwagen in der Nähe von dem... ähm... ...Hitzegebiet ist. Das hast du mir gegenüber erwähnt? Ja. Aber nicht in der Folge. Ne, das noch nicht. Jede Menge Eutz. Na, Schnuggi? Mit deiner sexy Hose? Hast du mich gesehen? Hast du Bock? Hi. Haha, in den Hintern. Haha. Wie Holz? Ah. Oh, da ne. Den hat er sich ja mal vorbei... Oh, Herzschmerz! In die Fresse! In die Fresse! Baby! Willst du ne Brille? Er hat ne Brille. So ne komische. Bestimmt ganz lustig aus bei dir. Oh, ich hab ne Sonnenbrille aber schon. Ach, Scheiße. Da fällt mir was ein. Ah, wir nehmen die. Nee, nee. Wohnwagen kann man... Im Wohnwagen sind doch schon Schränke, ne? Äh, ja. Super. Sind da drin. Kann ich mir denn jetzt Pfeile wieder machen. Bei denen müssen wir uns nämlich auch in die Tiefe buddeln. Das wird ja auch nochmal ein Highlight. So schnell geht es denn auch nicht. Okay. Ey! Hallo! Wechsel! Ähm... Werkzeugkiste... Werkzeugkiste kommt irgendwo rein. Deswegen... Sehr wichtig. Wichtig. Wieso guck ich jetzt ins Inventar? Ich hab keine Ahnung. Ich frag mich, warum mir kein Stein sammelt mit der Dings. Mit was? Mit dem Hammer. Vielleicht ist der Hammer auch nicht dafür. Hast du die Axt ausgerüstet? Ja. Ja, du Axt... Das ist das falsche Teil. Hammer und Axt bringen nichts. Deswegen hab ich mal die Axt gerade ausprobiert. Da hab ich jetzt immer nur einen Stein bekommen nach. Fünfmal schlagen. Ja, weil die Axt die du gerade jetzt in der Hand hast auch nicht zum Steine sammeln ist. Ach echt? Ja. Da brauchst du die Picke! Kätzleun! Hey, 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 hey. Kannst mir ein bisschen Stein geben, sag mal. Gib mir Stein. Ich hab kein Stein. Schlag mich nicht. Ich glaub, ich hab nicht zu schlagen. Und, coole Kiste. Bleib da mal still, ey! Man stoppt dich mit dir! Ah! Nein, du Axtmörder! Du Axtmörder! Meine Axt ist gleich kaputt und ich kann sie nicht reparieren. Weil, die ja schuld ist. Ich hab dir sagen lassen, theoretisch, wenn man hier dieses Spiel ja anfängt, muss so schnell wie möglich eigentlich die Schmiede stehen und durchkurzeln. Aha. Ja. Voll, voll die Interesse, aha. Ja, ich weiß, soviel ist das ein wenig langweilig, aber du kannst ja nicht hier in dieses Spiel kommen und dann gleich Hardcore Zombies haben. Na doch. Andere Spiele haben das auch. Äh, dann ist es ein anderes Spiel. Sorry. Tut mir leid. Warte mal. Gut, gehen wir mal zurück. Eli A. Mit A. Dann wollen wir mal ein bisschen das hier ankurbeln, wenn du unbedingt Bock drauf zu hast. Hast du dir was geklaut, du Loob? Was hast du? Voll Füße, ey. Gar nicht? Kameranschwein. Ja. Ich lieb dich. Ich lass die Tür auf für dich. Natürlich. Was? Ich lass die Tür auf? Ich glaub's dir. Ja, ich hab die Tür aufgelassen. So, lass mal gucken. Ey, deine Eier, die brutzeln durch. Kannste noch Tee nehmen? Sofort. Ey, mein Bein ist weg. Äh, also das gebrochene Bein jedenfalls. Das Bein ist weg! Ich will nicht schreiben, ich will raus aus dem Invent! Ohhhh! So, Kühlschrank. Äh, kannst du die Tierhaut mitnehmen aus dem Kühlschrank? Warte, geht gleich los! Und die... Naja, die Tierhaut ist wichtig. Die noch unter. Federn, naja, eigentlich könnte ich hier auch ein paar Federn hier lassen. So, Tierhaut. Brauchst du Federn? Mh... Viel zu viel. Pack ich dir hier unter... Unter... Da drunter halt eben. Äh, deine Eier sind durch. Krass. Kannste alle nehmen, weil ich hab hier noch Ei und Speck. Ähm... Oh, wir sollten dann auch demnächst mal jagen gehen. Ich muss gerade gucken, was ich rausnehmen kann, so ähm... Am besten... Naja, wir werden auf jeden Fall denn noch... Ach nee, warte mal. Ich hab hier unten ja noch einen Platz. Hier unten einen Platz. So, den Verband pack ich mal weg. Hast du leere Gläser? Ja, wa? Ich hab leere Gläser, ja. Pack ich dir mal was in den Kühlschrank? Warte... Kann ich da nochmal Tee mitnehmen? Ich meine, wir können ja dann wieder herkommen und den Rest mitnehmen, so ist es nicht, ne? Ja. So, das packen wir mal auch mal weg. Oh, also... Startklar. Ähm... Jetzt pack ich mehr nach unten hin. So, ja. Ich glaub wir können... Der Wohnwagen... Wo der Wohnwagen war? Der Wohnwagen war... Oben... Du bist ja genau seerand wie ich eigentlich. Der... Oben... Ganz oben? Nicht ganz oben. Das war, glaub ich, hier... Die linke Seite. Müsste eigentlich auch noch ein Bett liegen. Ja, das war die linke Seite. Kann ich... Aber ich hab da kein Bett zu sehen. Ich seh da kein Bett. Ah, warte mal. Warte... Was ist das? Was ist das? Irgendwie kannst du glaub ich auch noch so ne Markierung setzen, dass ich das auch sehe. Äh... Werden gar nicht sieht. Ach so. Wegpunkt speichern, Wegpunkt entfernen... Siehst du irgendwas jetzt auf deiner Karte? Nein. Jetzt, oder? Nein. Warum? Wo haben wir eigentlich Wüste? Also ganz ehrlich... Ich komm mit diesen Wegpunkten eindeutig noch nicht klar. Okay, ist durch. Ähm... Gut, hat er auch nicht gespeichert, irgendwie. Irgendwann werde ich das... Irgendwann werde ich das herausfinden, wie das geht. Kapier ich nicht. Auf jeden Fall hab ich den und... Eigentlich drücke ich auch auf Teilen. Kann ich dir auch ne Markierung setzen, aber... Hehehe... Ich weiß nicht mehr wo das war. Also ich hab ihn markiert. Aber irgendwie... Nimmt er mir den Wegpunkt nicht an? Also der ist auf jeden Fall auf meiner Karte. Wird er mir angezeigt? Ja, wird er mir. Also folgt mir. Kann auch nur hier sein. Sorry. Hehehe... Jetzt ist der hier weg. Aber hier ist er das Bett. Das ist merkwürdig. Ja! Wählen wir uns jetzt nicht damit rum. Wir gehen rüber und... machen Action. Häh! 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 Ja, mit A! Guck mal einen Stein. Krass, nicht dein Ernst. Äh, doch. Aber ich würde sagen... Den Hinweg sehen wir in der nächsten Folge, ihr Lieben. Haha! Ja, haha. Da freut sich die Kali. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Bis dann. Tschü tschü! Ciao, ciao!